Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem heutigen Thema Prostitution. Ich begrüße nochmal die Erika Mosebach, Patrick Krieg und Justin Schramm. Wir haben ja so ein bisschen die Zahlen, Daten, Fakt zum Thema Prostitution vorhin beleuchtet und jetzt geht es ein bisschen, wo kann man es eingrenzen, muss man es überhaupt eingrenzen, wie sieht die Zukunft aus, gibt es ein Verbot und was können wir tun, um die Sache zu verbessern. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Straßenstrich kommen, als Kommunalpolitikerin beschäftigt mich das ja doch ziemlich. Es ist natürlich auf der einen Seite, du hast es vorhin schön erklärt, warum die Frauen das auf der Straße machen, weil sie da eben sagen, jetzt mal keine Fixkosten haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die betroffene Bevölkerung, die ist nicht so sehr erbaut in ihrem Wohnviertel oder in ihrer Straße, sei das jetzt durch Belästigungen, dass selbst dann Anwohner auch belästigt werden durch herumliegenden Abfall, Kondomreste und so weiter und natürlich auch für Kinder, die da leben. Und jetzt hat zum Beispiel die SPD ja beantragt, dass in Karlsruhe der Sperrbezirk ausgeweitet wird und wir erhalten ja auch immer wieder Beschwerden von Anwohnern. Kann man den Sperrbezirk jetzt eigentlich so unendlich ausweiten? Können wir jetzt sagen, Karlsruhe ist gesperrt für die Prostitution? Bringt uns das was? Für den Sperrbezirk ist das Regierungspräsidium zuständig. Also nur das Regierungspräsidium könnte eine Sperrbezirksverordnung erweitern. Es gibt ja seit Jahren eine bestehende Sperrbezirksverordnung, die den innerstädtischen Bereich Karlsruhe betrifft. Dazu bräuchte aber auch das Regierungspräsidium rechtliche Grundlage, also erhebliche Straftaten oder erhebliche Belästigungen der dortigen Anwohnerschaft. Und in dem Bereich, ähnlich wie in anderen Bereichen, geht so das subjektive Empfinde der dortigen Anwohner ein wenig auseinander im Vergleich zu den tatsächlich feststellbaren Umständen. Wir sind ja regelmäßig auf dem Straßenstrich unterwegs und was wir wirklich feststellen, ist eine gewisse Vermüllung, dass man hinterlassen schafft, der nächtliche Tätigkeit feststellt. Das sind Feuchttücher, auch mal eine Kondomverpackung. Da hat die Stadt Karlsruhe in der Vergangenheit schon massiv versucht, Abhilfe zu schaffen, indem man einfach Müllbehältnisse aufgestellt hat an den bekannten Örtlichkeiten. Was aber Belästigungen oder gar Gefährdungen der Anwohner angeht, liegt uns keinerlei Anzeige vor, die damit in den Eingleid zu bringen sind. Ich glaube, dieser Eindruck, den man dort als Anwohner hat, für den ich durchaus Verständnis habe, beruht aber oft auch auf der subjektiven Vorstellung, was bedeutet Prostitution, inwiefern ist Kriminalität automatisch mit Prostitution verknüpft. Und dann geht man von einer Gefährdung aus, die wir als Polizei objektiv so nicht feststellen können. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie jetzt gerade die Sperrverordnung ist. Genau. Also in Dunlach gibt es keinen räumlichen Bezirk, so wie im Karlsruher innerstädtischen Bereich. Aber man hat 2014, 2015 schon mal über das Thema diskutiert, weil sich sowohl die Anwohner als auch Gewerbetreibenden im Bereich des Straßenstrichs eben darüber beschwert haben, dass den ganzen Tag Prostitution festzustellen ist. Damals war es noch rund um die Uhr erlaubt, auf der Straße der Prostitution nachzugehen. Und diesen Beschwerden ist mir entgegengekommen, indem man gesagt hat, Straßenprostitution ist in der Zeit von 6 bis 22 Uhr untersagt. Damit hat man auch den Kontakt zu Gewerbetreibenden überwiegend rausgenommen. Es gibt eigentlich keinen Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen, die nach 22 Uhr eigentlich auch nicht mehr auf der Straße sein sollten. Und damit war eigentlich auch ein langer, relativ ruhiger auf dem Straßenstrich. Diese vorgebrachten Beschwerden nehmen wir eigentlich erst wieder wahr, seit diese Pläne über ein angebliches Großbordell auf der Unterstraße bekannt wurden. Und das hat dazu geführt, dass das Thema Straßenstrich aktuell wieder in aller Munde ist, obwohl sich die objektive Situation seit Jahren eigentlich nicht geändert hat. Gleich bleibt. Wer denn aus deiner Sicht jetzt mal so rein hypothetisch, wir würden das jetzt verbieten, den 6K verbieten oder den Sperrbezirk ausweiten, ist denn dann sind wir fürchten, dass sich das vielleicht eher in ländlichere Gegend verlagert, wo man sagt, das ist so eine kleinere Stadt oder ein kleiner Ort, da ist das Ordnungsamt und die Polizei, die sind da gar nicht so darauf eingerichtet und da ist eher so im dunklen Kämmerlein, da merkt das nicht gleich jeder, da wird das nicht gleich gemeldet. Wäre das so dann die Ausweichvariante? Also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Aspekte, ob wir einen Sexkauf oder ein Prostitutionsverbot einführen oder einen Sperrbezirk erweitern. Wenn wir einen Sperrbezirk erweitern oder darüber diskutieren, einen Sperrbezirk zu erweitern, dann wird es immer zu einer gewissen Vertränkung verbühren, weil die Menschen, die in der Prostitution tätig sind, damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und nicht einfach mit dieser Tätigkeit aufführen können. Viele werden gar keinen anderen Job finden, aufgrund der Sprachschwierigkeiten, mangelnder Ausbildung, oft sogar keinen festen Wohnsitz. Damit ist die Prostitution die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn man die Prostitution an einer Stelle verbietet, dann wird man die Menschen dazu zwingen, an einer anderen Stelle zu arbeiten. Die angesprochenen Gebiete sind durchweg Gewerbegebiete, wo man von behördlicher Seite davon ausgeht, dass da noch die wenigsten Berührungspunkte bestehen und die wenigsten Belästigungen für die dortige Bevölkerung verdrängt, man die Prostitution in Wohngebiete, wird die Probleme natürlich eher noch zunehmen, zumal im ländlichen Bereich Prostitution überwiegend verboten ist, weil die Prostitution erst in Gemeinden ab 35.000 Einwohner ausgeübt werden kann. Was Sexkaufverbot angeht, die polizeiliche Aufgabe im Zusammenhang mit der Prostitutionstätigkeit ist ja, letztendlich Erkenntnisse zu gewinnen, Bescheid zu wissen, wo wird der Prostitution nachgegangen, Straftate zu verfolgen, kriminelle Strukturen zu erkennen und was über allem steht, die in der Prostitution tätigen Menschen zu schützen. Und das alles würde deutlich schwerer werden, wenn wir ein Sexkaufverbot einführen und die Menschen damit zwingen, in mehr oder weniger privaten Bereiche oder in Bereiche auszuweichen, die uns nicht bekannt sind. Ich denke nicht, dass die Nachfrage nachlassen wird aufgrund eines Verbots. Das ist in nahezu allen Kriminalitätsbereichen so. Auch der Drogenkonsum ist überwiegend verboten. Das ändert aber nichts an der Nachfrage. Insofern habe ich schwerste Bedenken, dass wir die Arbeitsbedingungen für die Menschen in der Prostitution eher verschlechtern. Die Zugänge nicht nur für die Polizei, sondern auch für Fachberatungsstellen, die Angebote machen zum Ausstieg, zur Hilfe, deutlich erschwert werden. Wir hatten während der Corona-Zeit meiner Ansicht nach so eine Art Testlauf für ein mögliches Prostitutions- oder Sexkaufverbot, weil ja für geraume Zeit die Landesregierung verfügte, dass lizenzierte oder konzessionierte gewerbliche Betriebe schließen mussten. Damit waren die Menschen in der Prostitution ja gezwungen, in private Bereiche abzuwandern. Und die Stadt Karlsruhe hat dann noch für gewisse Zeit ergänzend ein Sexkaufverbot erlassen, das Verbot jeglicher Prostitutionsausübung. Und in dieser Zeit war natürlich festzustellen, dass es weiterhin Prostitution gibt, dass Prostitierte weiterhin ihre Dienste anbieten. Dass aber zum Beispiel in der Internetwerbung nirgends mehr eine Adresse genannt wurde. Man musste dann natürlich Kontakt über soziale Medien oder Handy aufnehmen. Es war sehr, sehr aufwendig, diese Menschen aufzusuchen, nicht nur zu kontrollieren, sondern auch einfach zu schauen, geht es ihnen gut, was gibt es für Probleme. Und das würde ich natürlich massiv bei einem Sexkaufverbot sehen. Es gibt Berichte aus Ländern, in denen das Sexkaufverbot schon besteht, dass auch die Gewaltbereitschaft der Freier zunimmt, dass das Verlangen nach Verbot und Dienstleistungen, also Geschlechtsverkehr ohne Kondom zunimmt, weil der Freier ja nicht befürchten muss, dass die Prostitierte ihr den anzeigt, weil sie zwar nicht strafrechtlich verfolgt, aber meiner Ansicht nach zumindest sozial stigmatisiert wird. Die Frau hat vermutlich Probleme mit dem Vermieter, mit einem weiteren Arbeitgeber. Also die soziale Ächtung gibt es natürlich schon. Und wenn man mit schwedischen Kollegen spricht, die nicht aus dem Innenministerium kommen, sondern tatsächlich an der Basis ähnliche Aufgabe wie ich, dann hört man, dass man in Schweden natürlich die Ressourcen, die sich mit Menschenhandel, Zwangsprostitution beschäftigen, deutlich reduziert hat. Und dass man die eher darauf verwendet, den Sexkäufer, den Freier zu verfolgen und zu bestrafen. Und das ist mir bei vielen anderen Kriminalitätsfeldern auch, wenn man aufhört, danach zu suchen und sich darum zu kümmern. Siegt die Zahl. Siegt die Zahl in der Statistik zwar. Und man hat nach außen eigentlich den Erfolg erreicht, den man erzielen wollte. Aber besser wird es nicht. Aber in Wahrheit wird es nicht unbedingt besser, wenn man Pech hat, sogar schlechter. Justin, Thema Sperrbezirk. Auch bei euch ein Thema? Ja, also wir haben uns schon an diesem SPD-Antrag beschäftigt und geschaut. Und da zum einen haben wir uns gefragt, ob das dann nicht so pauschal gedacht über das ganze Karlsruhe-Gebiet, sondern wirklich so diese Verdusierstraße, Ottostraße, Mühlburg wurde auch genannt. Wobei wir wissen, das ist nur eine Frau, die das normalerweise dort arbeite. Ich denke, das ist dann schon weit gestreicht. Aber und da haben wir einfach zum einen, habe ich dann sofort gedacht an diese Idee von der Karlsruhe-Liste neulich war dann, eine zentrale Straßenstriche zu erstellen. Und ich weiß, dass es von der SPD-Seite, das wurde abgelehnt von ihrer Perspektive. Wobei dieser Vorschlag, wie ich weiß, von der SPD würde das schon bedeuten, ist der Vartenbruckstraße der letzte und einzigste Straße. Wenn ich das einfach rechne, mit was die dann so vorhaben aus Straßenstrich. Ich finde es ein spannender Gedanke, wenn man sagt, letztendlich ist das ein anderer Weg, um eine zentrale Straßenstriche in Karlsruhe zu setzen. Ist schon für sich spannend. Auf der anderen Seite wurde das dann von wir freuen uns, dass es dann über Aufstieg und Umstieg anderer Hilfsangebote weiterhin genannt wurde von Frau Mäckchen. Allerdings für uns ist es primär nichts, diese Hilfe ist nicht aus der eindämmenden Perspektive. Also es ist nicht, also wie Patrick sagte, es ist nicht, als ob man sagt, okay, jetzt nicht mehr für die Straße, Autostraße und dann kommen alle Frauen zu uns rein und sagen, jetzt wollen wir aussteigen. Und als ob dies zusammen direkt kommt, sondern es wird natürlich andere Bedeutungen für sie geben. Und da würden wir dann schon gerne so einfach teilweise kritisch sagen, dass wir befreuen uns auf der einen Seite, dass dies perspektivisch von der SPD weiterhin getragen sein sollte. Und ja, diese Hilfsangebote, es ist nur dann, wir sehen das nicht als Ansatz für die Eindämmung der Prostitution, sondern es ist wirklich, diese Hilfsangebote, die sind dringend nötig, aber weil es kommt von den Klientinnen, also weil es in ihrer Anliege ist und nicht nur, dass es dann von den Bürgern, die Interesse es gibt, dann nicht mehr in diesen Gebieten diese Tätigkeit zu haben. Aber ich finde diese interessant, also ich sehe nicht, dass die SPD jetzt bei diesem Antrag fragen, ob das, oder beantragen, dass es allgemein in Karlsruhe ist, sondern wie ich das lese, gehen sie dann direkt auf Dorlach und auf Mürburg. Und das wäre schon spannend zu wissen, inwieweit wird das von der Stadtverwaltung aufgehoben, aufgenommen und inwieweit wird das in der Gemeinderat diskutiert, um, doch, das ist nur die Vartenburgstraße oder eine Hauptstraße, die wirklich gedacht wird für den Straßenstrich. und ohne Bewertung zu geben, finde ich einfach spannend, dass es von der Karlsruhe Liste das komplett abgelehnt wird. Und dann auf der anderen Seite kommt dann dieser Versuch, das nur auf der Vartenburgstraße letztendlich, das alles zu drängen. Gut, das sind ja oft so politische Geplinkl, aber um nochmal auf das zurückzukommen, wir haben natürlich diese zwei Gemengelage, auf der einen Seite, die Frau müsse irgendwo ihrem Gewerbe nachgehen und es soll ja auch noch relativ sicher sein, also wir können nicht sagen, komplett raus aus der Stadt, ihr müsst euch irgendwo da im Wald verabreden, auf der anderen Seite haben wir die berechtigten Interessen der betroffenen Anwohner und Geschäftsleute, wobei ich immer so denke, oft werden ja auch die Kinder und Jugendlichen ins Feld geführt. Du hast jetzt vorhin gesagt, gebe ich dir vollkommen recht, ist die Frage, ob die nach 22 Uhr noch unterwegs sein müssen und wenn ich so an mancher Grundschule mal in der Pause bin, muss ich sagen, da kriege ich rote Ohren, was da für Worte und für Gesten fallen, also da glaube ich, da ist so mal ein Kondom im Gebüsch noch harmlos. Wie die da unterwegs sind, sollten sich vielleicht auch manche Eltern mal anhören. Erika, du dürfst dir das ja quasi, hast dich damit befasst, ich hätte jetzt gerne mal so, was wäre denn euer Ansatz, wie können wir die Situation verbessern? Zum einen vielleicht für die Prostituierten, zum anderen vielleicht auch für die Anwohner, was können wir tun, was können wir als Bürger tun, was können wir in der Politik tun? Gibt es irgendwo so Best-Practice-Beispiel, wenn man sagt, das funktioniert relativ gut, da sind die sicher? Schwierig, also ich bin ja keine Juristin und auch in meiner Arbeit mache ich keine Handlungsempfehlung, sondern will eher quasi das Problem aufzeigen und in meinem Fall jetzt eher das Problem für politisches Handeln und wie wird mir politisches Handeln beeinflusst. Es gibt ja verschiedene Modelle und ich finde es immer schwierig, davon zu reden, das ist ein gutes Modell oder das nicht, weil es immer so stark von der Perspektive der Menschen abhängt. Also bin ich quasi Prostitution moralisch gegenüber positiv gestimmt, sage ich, das ist irgendwie total berechtigt, das ist irgendwie ein Ausdruck der sexuellen Selbstbestimmung oder selbst wenn es nicht das ist, aber ich finde es irgendwie berechtigt, dass Frauen unabhängig von einem irgendwie paternalistischen Staat sagen, das darf man oder darf man nicht. Und dann finde ich natürlich Modelle gut, wie sie in Neuseeland zu finden sind, wo das scheinbar relativ gut funktionieren soll. Da ist es eben auch sehr liberal, vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer sagen. Es ist absolut legal. Aber auch nicht reguliert. Genau. Was das genau der Unterschied heißt, weiß ich auch selber nicht. Genau. Manche finden es gut, wie es in Deutschland ist, dass es einfach passieren darf. Wenn ich jetzt aber sage, das ist irgendwie das absolut Böse, es ist immer Gewalt, es ist die Unterdrückung der Frau durch den Mann, man kann es ja feministisch auch betrachten, dann würde ich natürlich alle Modelle gut finden, die darauf anzielen, Prostitution zu verhindern. Von daher, ich finde es ganz schwer irgendwie zu sagen, das sind die Best Practices. Persönlich, wenn ich jetzt nur aus meiner Perspektive von ausgehe, dann würde ich sagen, es ist gut, wenn man Ansätze hat, wo man Zugang zu Prostituierten hat. Ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt Aufgabe des Staates, moralische Vorgaben zu machen, was man darf und was nicht oder was man gut findet. Von daher, das, was wir jetzt ja auch schon diskutiert haben, also ich muss Zugang haben als Sozialarbeiterin, ich muss Zugang haben als Polizeibeamter, dass ich irgendwie in den Kontakt kommen kann. Das sind für mich gute Lösungen und dann muss man immer davon ausgehen, was wollen denn die Frauen? Also das wäre für mich der wichtigste Ansatz. Wir reden ja jetzt auch wieder über die Prostituierten und nicht mit ihnen. Klar haben wir Zugang durch die Arbeit oder ihr jetzt vor allem auch. Da hört man ja schon einzelne Stimmen, aber was wichtig wäre, ist diese Stimmen auch lauter zu machen und zu hören, was wollen denn eigentlich die Prostituierten? Was halten die denn eigentlich von so einem nordischen Modell, die auch mit einzubeziehen in diese ganzen politischen Debatten? Das passiert relativ wenig. Wir haben zwar in Deutschland eine Lobbygruppe, wir haben auch einen Sexverband der Prostituierten oder der Bordellbetreiber, die versuchen auch mitzureden. Wir haben inzwischen auch eine Lobbygruppe von Prostituierten, die ausgestiegen sind und sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen das nordische Modell, das gibt es alles und ich finde, das ist wichtig, diese breite Meinung auch irgendwie mit einzubeziehen und mal hinzuhören und das ist für den Bürger möglich über, wahrscheinlich eher nicht, indem man direkt mit den Personen redet, aber es gibt Biografien, es gibt viele Berichte und da einfach mal selber hinzuhören, was funktioniert. Justin, in dem Zusammenhang, ihr beratet die Frauen, da möchte ich auch noch mit vielleicht ein paar Vorurteilen aufräumen, die zahlen auch Steuern, also das ist ein ganz normales Gewerbe in der Regel, gerade wenn sie dann über, also wenn sie angemeldet sind, was der Großteil ja ist, sie haben aber große Schwierigkeiten, also viele haben keine Krankenversicherung und warum ist es so? Wollen die Krankenversicherungen die nicht aufnehmen? Ja, also dass man so vorstellt, dass das, also in der Prostitution tätig zu sein, heißt das wirklich selbstständig, so eine Selbstständigtätigkeit und das ist dann so die ganze Krankenkasse-Theme ist, dass man muss dann selber... weiß dann, dann weiß man genau ganz gut Bescheid, aber wenn man redet von einer Bulgarin, die dann auch direkt reingekommen ist und auch nicht dieses Gesetz weiß, dass es dann wirklich gesetzlich gebraucht ist, dass sie das hat, dann das ist zum einen diese nicht verstehen, auf der anderen Seite ist es nicht so einfach, so eine Krankenversicherung, der genau zu diesem Gewerbebereich passt und so und das ist dann diese öfters mal, wo man die Herausforderung findet, das ist etwas, was wir ganz praktisch auch als Teil der Fachgruppe Prostituenschutzgesetz, wir zusammenarbeiten und zu schauen, was gibt es für Lösungen, was gibt es Möglichkeiten, die sind ganz praktisch und sehr wichtige Fragen für die Frauen und das betrifft sie viel öfters mal tatsächlich, also Gesundheitsthemen sind bei uns, ich glaube, das ist ein Viertel von den Themen, die wir haben und der Ausstieg zum Beispiel ist dann viel weniger als ein Viertel, also nicht, dass es da ist, aber das ist dann und es liegt nicht auf, auf das wir dann nicht das Angebot haben, weil es manchmal auch was, was man sagt, das ist der Grund, sondern es ist wirklich, was sie damit hauptsächlich beschäftigen und z.B. auch, wenn sie aussteigen möchten, dann kommen sie dann mit einer großen Nachrechnung, was sie dann bezahlen müssen, wenn sie versucht, in eine Krankenkasse zu kommen und das ist genauso so nicht zielführend für sie dann und dann fühlen sie sich dann wieder gedreht, gebrannt, so wieder rein in die Prostitution zu gehen. Ich würde dann so ein paar Punkte so eingehen, zu dieser Frage, auch so, Best Practice, Best Practice und auch diese allgemein über das nordische Modell zu reden. Für mich ist es schwierig zu sagen, wenn man redet von einem nordischen Modell, weil Pierre meinte, das ist in jedes Land auch ein bisschen anders umgesetzt und deswegen man redet von diesen vier Zäulen, also die zwei haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, Sexkaufsverbot, aber die Inkriminalisierung der Frauen. Man redet bei dem nordischen Modell, das ist dann auch diese Zäule der besonderen Unterstützung für Hilfsangebote beziehungsweise Ausstiegshilfe und dann auch Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft. Weil der ganze Gedanke von uns nordischen Modells ein gesellschaftliches Wandel zu setzen, also auch wenn, ich rede ein bisschen von der anderen Seite, um ein bisschen Ergänzung zu geben, um auch zu verstehen, weil da gibt es immer natürlich diese Aussage, vor allem jetzt bei der Corona-Situation, viele sagen im Gegenargument, das war das nicht, was man eigentlich haben will bei das nordischen Modell, wenn das umgesetzt wird, wird es anders aussehen, war das nicht wegen der Corona-Lage, sondern wegen so einem Plan gesetzt werden. Allerdings merkt man auch, also auch wenn es Bundesmittel es geben könnte für Ausstiegsangebote, Ausstiegshilfe, bis es dann wirklich ankommt, an Kombinaten, wir sehen sowieso Landesfördermittel und alles, was dann an eine Kommune kommt, um wirklich tatsächliche Frauen dann zu helfen, zu unterstützen, zweifeln wir weiterhin, dass so pauschalig Aussagungen, ja es wird alles gut, wird alles bestens, weil wir geben dann Geld dafür, wir sehen, das Geld kommt kurz in Schweden zum Beispiel bei der Untersuchung und so und diese utopische Vorstellung, dass alles dann mit dem Nordischen Modell perfekt wäre oder gut wäre, ist ziemlich klar bei uns dann ein kritischer Punkt, was wir dann eingehen. Gute Ansätze und das ist für uns dann was wichtig, was wir merken als Organisation, ist, dass egal welches Gesetzeslager es gibt, es gibt, es braucht dann lokal Engagement, also es braucht dieses Engagement auf kommunaler Ebene, der wirklich bereit ist, auch diese Multidisziplinarität mit einzubeziehen. Ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Beispiel der Fachgruppe Prostituentschutzgesetz erlebt, wo wir dann durch dieses Prostituentschutzgesetz die Chance hatten, auch neulich miteinander zusammenzuarbeiten und zu schauen, an einem Strang zu ziehen und wirklich zu schauen, was wir als Möglichkeit haben, praktisch zusammenzuarbeiten und die Frauen praktisch zu unterstützen. Und ich glaube, ja, egal welches Gesetzeslager, und das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht in jeder Kommune der Fall und deswegen finde ich schon, es gibt viel in der jetzigen Gesetzeslager, was man machen kann. Es braucht einfach dieses Engagement von der freien Gesellschaft, politischer Wille, auch von der Kommune und das würde ich auch Karlsruhe loben. In dem Sinne, ich finde, in Karlsruhe, in der Politik, auch wenn es manchmal viel darüber geredet werde, hat das von meiner freien Trägerperspektive schon viel möglich gemacht für die einzelnen Frauen, auch in der Prostitution in Karlsruhe und das ist lobenswert. Ja, ist das schön, wenn jemand auf etwas Positives sagt. Patrick, was wäre so deine Vision, wo du sagst, da könnte man noch etwas verbessern oder da geht noch etwas? Also ich glaube, Vision ist der richtige Begriff. In dem Fall, ich finde den Punkt ganz wichtig, den die Erica angesprochen hat, nämlich die Beteiligung der Menschen, um die es eigentlich geht. Also ich nehme eine öffentliche Diskussion wahr, die völlig den Menschen in der Prostitution und deren Bedürfnisse vorbei geht. Auf der einen Seite machen wir die Menschen ungefragt zu Opfern von Menschenhandel und Zweistprostitution, ohne überhaupt einmal mit ihnen zu sprechen und wir sprechen jedem einzelnen Menschen in der Prostitution die Fähigkeit ab, selbst zu entscheiden, ob ich dieser Tätigkeit nachgehen möchte oder nicht. Und auf der anderen Seite gibt es einen Teil der Gesellschaft, die die Menschen kriminalisiert und an den Rand der Gesellschaft drängt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man nicht über die Menschen, sondern mit den Menschen spricht, wie Erica sagte. Und tatsächlich, die Diskussion ist ja berechtigt, dass man über diese Bereiche spricht, aber dass man offener diskutiert und mit mehr Toleranz, denn je weiter man sich von diesem Thema entfernt und je weiter man die Menschen an den Rand der Gesellschaft drängt, desto größer werden die Probleme. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns einfach damit abfinden müssen, dass es diese Nachfrage gibt und dass es auch weiterhin Prostitutionen geben wird, unabhängig von einer Gesetzgebung, egal wie die aussieht. Und unsere Aufgabe nicht nur als Behörde oder als Hilfsorganisationer, sondern als gesamte Gesellschaft muss es sein, einen Umgang mit der Prostitution zu finden, der sowohl für die Menschen, die damit ihr Lebensunterhalt bestreiten, als auch für alle anderen, die damit in Berührung kommen, ein gangbarer Weg wäre. Und darauf sollten wir die Energie verwenden und nicht aus Überlegungen, was kann man mit einem Verbot erreichen. Ein sehr, sehr weises Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Expertise und die noch vielschichte Diskussion. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dass wir vielleicht mit einigen Vorurteilen, dass wir die aus der Welt schaffen konnten, dass wir die ausräumen konnten. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde weiter diskutieren können über das Thema sehr vielschichtig und wahrscheinlich auch noch nicht das Ende, das wird uns noch ein paar Mal beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch ein Like oder schaut beim nächsten Mal einfach wieder ein. Tschüss!